Heute zeige ich euch den Waktidi V8. Guckt mal hier, das ist ideal für meine Kinder. Kann man länger und kürzer machen. Da kann man nämlich, wenn man hier unten die Düse abmacht, habe ich die immer gesehen, dann spielen die mit dem Ding so rum, schießen die hier. Also Waktidi V8, der macht auf den ersten Eindruck einen guten Eindruck, der saugt auch relativ robust, ist auch stabil. Wenn man ihn auspackt, denkt man, die Zubehörteile sind so ein bisschen aus Plastik und so ein bisschen leicht, aber das hier ist schon mal robust. 109 Euro im Moment bei Amazon, guter Preis. Und ich zeige euch jetzt gleich, was er kann und was er nicht kann. Ja, dann packen wir jetzt hier den Waktidi V8 mal aus. Und schauen wir mal rein. Schon mal eingepackt, ist der relativ solide. Und was mir gefällt ist, da ist ein Handbuch dabei. Und man sieht auch direkt, wenn man das jetzt auspackt, sieht man direkt eine relativ schmale Bodendüse. Wir haben ein Ladegerät, ein sehr leichtes Plastikteil als Fugendüse, eine Polsterdüse. Dann haben wir hier noch, oh, das ist schwer, schön stabiles, würde ich sagen, Saugrohr. Und das hier ist die Wandhalterung, die wir noch haben. Und was auch noch in der Packung drin ist, ist ein gesonderter Akku, den man einsetzen kann. Der ist auch schwer, wie sich das für einen Akku gehört. Und was ich jetzt als letztes hier noch rausholen muss aus der Packung, ist ja dann die Motoreinheit. Seht ihr hier? Jetzt packe ich das gleich mal aus, aber das brauche ich euch nicht zeigen. Und dann gucken wir uns das mal im Detail an. Also der Vactidi V8 ist ein relativ robustes Gerät. Der hat hier auch einen entsprechenden Akku, der gesondert rauszuholen ist. Also ihr könnt den Akku rausholen, könnt einen zweiten Akku bestellen. Im Turbo-Modus hält er 7-8 Minuten, im anderen Modus ungefähr eine halbe Stunde. Und der Akku wird einfach hier reingeschoben und los geht's. Schön ist, relativ einfach, könnt ihr ihn rausnehmen. So, und die Entleerung erfolgt dann hier mit der grünen Taste. Klack, können entleeren. Einfach dann so rum in den Mülleimer. Und reinigen könnt ihr ihn, indem ihr einfach das Ganze mit Wasser ausspült. Und dann müsst ihr es allerdings einen Tag trocknen lassen, damit auch wirklich sich wieder kein Wasser drin befindet. Zusammensetzen, sehr einfach, indem ihr hier unten das Ganze, Achtung, einklingt. War falsch rum. So, also indem ihr es hier unten einklingt. So, da. Und dann oben rein. Blub. Das Gerät hat zwei Stufen. An ist immer erst mal die einfache Stufe. Und dann könnt ihr nochmal drücken hier. Dann habt ihr die laute Stufe, wo mehr gesaugt wird. Und nochmal drücken ist aus. Ist nicht wie beim Dyson, dass ihr die Knöpfe halten müsst, sondern ihr könnt wirklich an, aus und durchsaugen. Ist ganz angenehm, weil man einfach so machen kann. So, Zubehör dabei ist entsprechend eine Polsterdüse. Die ist super leicht, jetzt nicht die Top-Qualität, aber reicht aus. Eine Fugendüse. Das ist auch so typisch Plastik. So im Bereich unter 200 Euro bei allen Akkusaugern ist da nichts Robustes zu bekommen. Hingegen das Saugrohr, das könnt ihr verstellen, indem ihr einfach zieht. Eben habe ich es so schön hinbekommen. Jetzt geht es gerade nicht. So, hier. Also ihr könnt einfach ziehen. Höhenverstellbar, Längenverstellbar sozusagen. Das ist wirklich robust. Also das ist wirklich gut gemacht. Und ihr könnt es dann einfach hier reinschieben. Und wenn ihr dann ein bisschen Gegendruck habt, hier anhalten, dann könnt ihr das einfach, sehr einfach verstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Die noch unbenutzte, machen wir gleich dann in Aktion, Bodendüse ist gut. Die ist nicht ganz so breit wie bei anderen Modellen und müsste halt ein bisschen länger saugen. Klickt ihr einfach hier unten rein. Klack. Und Achtung, ich mache mal an. Sie dreht sich. Das heißt, sie ist motorgesteuert. Das ist ganz gut, dass ihr da entsprechend schnell saugen könnt. Sie nimmt entsprechend auch feine Teile dann auf. Viel mehr ist nicht dabei, außer ihr habt noch eine Wandhalterung. Sehr simpel, wo ihr auch dann entsprechend von unten das Ladegerät reinführen könnt und damit den Akku ladet. Und es ist ein Handbuch dabei. Das Handbuch gibt es auf Französisch, Deutsch, Englisch, Italienisch. Also sind alle Sprachen mit dabei. Relativ simple Anleitung. Aber erklären muss man ja nicht viel. Einfach an, aus, machen und dann läuft es. Simpel. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal in Aktion an und dann zeige ich euch, wie es funktioniert. Ja, dann wollen wir mal saugen. Also hier vorm Kamin auf Fliesen im Eco-Modus kein Problem. Geht sowohl mit schnellen als auch mit langsamen Bewegungen alles gut weg. Dadurch, dass es eine kleine Düse ist, kommt er auch relativ gut in die Ecken rein. Also da kann man wirklich mit saugen. Und ich habe natürlich jetzt hier, wenn ich jetzt auf den lauten, also den saugstarken Modus gehe, auch die Möglichkeit größere Holzschnipsel einzusaugen oder Blätter. Geht gut. Und ja, das funktioniert schon mal ganz gut. So. Ja, kommen wir noch zum Fugentest. Guck mal, hier ist so ein Teil, das so reflektiert. Jetzt gucken wir mal, ob wir den im normalen Eco-Modus rauskriegen. Ne. Schalten wir mal auf stark. Auch nicht. Also, Fugen-Modus, da reicht die Saugkraft nicht ganz aus. Also, wenn ihr tiefe Fugen habt, dann ist es hier nichts für euch. Ja, dann haben wir ja noch das Thema Teppich. Also im Eco-Modus, das ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen, für einen Eco-Modus. Wir haben ja hier die Haare von unserem weißen Schweizer Schäferhund. Jetzt mache ich mal auf den Turbo-Modus. Und kann man, also das kann sich sehen lassen im Vergleich zu vielen anderen. Vor allen Dingen für einen Preis von nur 100 paar gequetschten Euros ist das super. Ja, was noch auffällt, ist, er hat vorne hier diese Beleuchtung. Das ist ganz gut, wenn ihr mal unterm Sofa oder so saugen wollt. Und was mir, also wie gesagt, Saugleistung auf Teppich mit Hundehaaren ist ganz gut. Thema ist dann natürlich immer, dass man die Haare hier unten drin hat. Also er hat keine Haarschneideeinheit, da braucht er dann irgendwann eine Nagelschere. Es gibt ja ganz andere Sauger, die das bieten. Findet ihr auch bei uns auf der Seite. Also wenn ihr einen Hund habt mit langen Haaren, wie unseren Charlie, dann ist das eher jetzt nichts für euch. Ja, ich habe jetzt hier mal die Fugendüse drauf. Weil wir haben ja diesen wunderschönen Adventskalender. Also das funktioniert relativ gut. Selbst im Eco-Modus saugt der hier. Aber größere Schnipsel sind halt, braucht ihr schon einen Turbo-Modus. Turbo. Jetzt gehen wir mal zum Sofa. Ich bin mal gespannt, wie das am Sofa funktioniert. Jetzt sehen wir hier festgepappten Schmutz schon mal von den Kindern auf dem Sofa. Jetzt kommt die Fugendüse im Turbo-Modus. Aber das kriegen wir nicht weg, weil das ist Flüssigkeit. Aber hier rein, das geht gut. Also auch hier eigentlich sauber. Ich habe natürlich auch für das Gerät die Möglichkeit, einfach diese Polsterdüse heranzusetzen. Da können wir auch direkt in den Turbo-Modus gehen. Und das geht eigentlich relativ gut. Also wie gesagt, man sieht das relativ gut hier hinten. Die Krümel gehen weg, auch in der Ecke. Alles gut. Allerdings natürlich nicht dieser Schmutz. Da müssen wir mal ein bisschen mit Wasser ran. So. Ja. Ihr kennt das sicherlich auch. Die Kinder haben Party gemacht. Jeden Abend bei uns. Und jetzt können wir mal hier den Tisch saugen. Das geht eigentlich relativ gut, wie man sieht. Und das wird auch sauber, selbst im Eco-Modus. Was halt auffällt, so eine kleine Bürste haben wir entsprechend nicht dabei. Aber geht auch mit der großen relativ gut. Das hier vorne ist übrigens Dreck, den man mal mit Wasser wegmachen muss. Was noch schön ist, bei der Reinigung, also ihr habt hier unten den Schieber. Den zieht ihr zur Seite. Dann könnt ihr die Bürste rausholen. Und könnt quasi gesondert reinigen. Bürste wieder reinlegen. So. Musst du dann hier tief reindrücken. Zumachen. Läuft super einfach. So. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder ihr macht das Ding einfach hier unten auf zum Entleeren. Schaut. Schön Dreck gesaugt. Oder ihr nehmt das ganze Teil raus, indem ihr hier oben drückt. Dann könnt ihr es rausnehmen. Ein bisschen handlicher. Und dann kann man einfach hier wieder aufmachen. Klappe auf. Und Schmutz raus. Klappt auch gut mit den Hundehaaren, wie ihr seht. Also eigentlich eine gute Sache. Das einmal wieder zusammenstecken, habe ich euch eben gezeigt. Ja, kommen wir jetzt zum Fazit. Also, Vactidi V8. Für 100 Euro. Oder ein bisschen mehr. Super Gerät spielt in einer Liga mit dem Klarstein 4G. Den ich persönlich ein bisschen kompakter gebaut finde. Also ein bisschen robuster gebaut finde. Auch vor allen Dingen bei den Zubehörteilen. Nichtsdestotrotz hier sehr gute Saugleistung. Auf Hartbodenfliesen, was auch immer. Nicht so gute Saugleistung auf Teppich. Kann man aber auch für 100 Euro nicht erwarten. Wobei er mit den Hundehaaren gut klarkam. Und das Entleeren hat sehr gut funktioniert, ohne viel zu stauben. Vor allen Dingen, weil man die Einheit trennen kann. Zubehör ist eigentlich alles dabei. Vielleicht eine kleine Elektrobürste wäre cool. Aber das ist doch eher so ab den 200 Euro Geräten der Fall. Ihr habt eine relativ kurze Nutzungszeit. 25, 30 Minuten im Eco-Modus. Aber da man immer wieder auch mal auf den Turbo-Modus schalten muss, hat man wahrscheinlich am Ende so 12 bis 15 Minuten. Das reicht jetzt eher mal, um neben einem Saugroboter dazu noch mal entsprechend zuzusaugen. Wenn er mal eine starke Verschmutzung unter dem Esstisch hat. Oder wie eben gezeigt bei uns ständig im Wohnzimmer, wenn die Kinder Party machen. So. Und also ich kann das Gerät wirklich empfehlen. Für den Preis. Also wer neben einem Saugroboter oder so was braucht, was funktioniert, gut ist, habt ihr hier was Tolles. Und ansonsten hinterlasst ein Like bei unserem Kanal. Dann stellen wir euch immer wieder neue Geräte vor. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, schreibt wenigstens einen Kommentar, dass das Video hier gut war. Bis bald. Ciao.